Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute das neue Spiel Clash... äh Quest, genau. Und das kann man nur mit einer phänischen Apple ID spielen, falls ihr die macht, dann... Ich kann es aber hier auch vor allen anderen spielen, auf jeden Fall. Und let's go. Wir gehen auf diese Inseln. Hier muss man mit diesen Attacken und diesen Leuten hier so kombinieren. Und dann alles zerstören. Zum Beispiel hier. Ich muss jetzt hier schauen. Ah, okay, das wird so lang zerstört. Gut, wir halten es jetzt mal. Okay. Und los geht's. Dann würde ich sagen, ich setze erst mal... Ich setze... Ups, sorry. Ich setze erst mal die ein. Okay, da als nächstes die... Okay, ich weiß nicht den Namen ganz genau, aber ja. Die Barbaren würde ich sagen, als nächstes. Ja, die zerstören das. Die Barbaren zerstören das rechts. Aber ich würde sagen... Komm, wir zerstören das erst mal hier. Okay, perfekt. Oh, wir können eine Fünfer-Combo mit den Magiern machen. Aber ich würde mir das erst mal aufheben. Oh, doch nicht. Okay. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen lost in diesem Game, aber... Wird es gerne kosten, aber da würde mich freuen. Okay, da habe ich schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Die kriegen so viel Schaden. Ich will es jetzt auf jeden Fall schaffen. Ich will diese Runde erfolgreich gewinnen. Oh, er hat sehr viel Schaden gemacht. Komm. Komm, komm, komm. Natürlich kann man hier leider noch nicht Multiplayer spielen. Ziemlich voll schade, aber... Sonst ist das Game eigentlich übelst nice. Es kann auch wieder sein, dass das Game nicht global released wird, aber ich finde es eigentlich sehr krass, das Game. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, stimmt gerne in meinem Community-Post abstimmen, ob ihr mehr Videos von diesem Clash-Quest-Spiel sehen wollt. Ist auch ein Spiel von Supercell. Und Level completed. Wir holen uns mal alle Star-Belohnungen ab erst mal. Okay, was sagt der Prinz denn? So. Shop kann man erst ab 20 Sternen. Ich würde sagen, komm, aber egal. Wir machen erst mal... Wir machen erst mal Upgrade an den Wizard. Und Upgrade an... Ah, ne. Ich habe kein Gold. Okay, dann würde ich sagen, ich starte mal. Ich bin gespannt. Und uh, direkt hier eine... Boah, das war jetzt krass. War krass, würde ich sagen. Die drei können wir auch... Was? Als ob... Nein, das war ein Fehler. Jetzt habe ich die alle umsonst eingesetzt. Okay, komm. Die schaffe ich jetzt. Also ich hoffe, ihr versteht das Game schon. Äh, so geht es tatsächlich. Und ja, das ist eigentlich ein sehr krasses Game. Dem feiere ich übel zur Wünferung. Da kann man... Da gibt es auch verschiedene Welten. Die kann ich... Die werde ich versuchen auch demnächst... Frei zu schalten. So, da haben wir auch den da. Okay, ich würde sagen, komm, die Ritter... Kann ich hier auch mal benutzen. Obwohl, die haben eigentlich so viel gebracht. Ja, und wir haben das GG. Level completed. Auch hier. Und zwar haben wir jetzt eine neue Insel freigeschaltet. Glaube ich, oder? Warte. Hab ich... Okay, der Ritter sagt noch was. Bla, bla, bla. Und... Oh, Barbar! Ein Barbar gezogen. Okay, ich weiß nicht, äh... Wieso ich den gezogen habe, aber... Ich hatte den ja schon... Egal. Auf jeden Fall nice. So, wir haben das. Da kann man eine... Und eine Fireball haben wir auch. Seht ihr, das sind alle Welten... Äh, ups. Das sind alle Welten da. Und... Man muss hier immer so... So gegen... So welche kämpfen. Und dann immer freischalten. Ja, das ist das Game. Und hier kann man so eine Bombe blazen. Und... LOL! Hö, die ist voll OP! Okay, krass, 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 krass. Ich bin gespannt, ob es mehr bald gibt. Okay, dann den Ritter auch, würde ich sagen. Ah, jetzt ist es ein bisschen... Oh, okay, komm. Ja! Nein! Er ist noch nicht tot. Würde ich sagen. Nein! Hä? So. Ja, manchmal ist das Game schwer, aber ich weiß nicht, ob ich hier beim Tutorial verliere. Das war das Tutorial gerade noch. Okay, da haben wir schon mal den Magier da zerstört. Okay, komm. Den zerstören wir auch. Perfekt. Perfekt. Stage 2 completed. Und jetzt noch Stage 3. Unten steht, wie viele wir noch haben. Wie viele wir noch haben, falls wir diese oben hier benutzen. Also, die Clash-Leute. Ich weiß aber noch nicht, wie die heißen. Der eine Magier. Der Burgenschützin. Ritter, aber der Barbar, gell? Ah, doch. Ich weiß alle. Äh, Lost auf jeden Fall. In die Kommentare erstmal Lost schreiben. Komm, das schaffen wir auch. So. Und... Das ist aber ein Hochkant-Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das hochladen werde. Sorry, falls es ein bisschen Lost aussieht gerade. So hochkant ist. Okay. Nice. 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 So. So, Leute. Weiter geht's. Auf jeden Fall haben wir auch das Level hier geschafft. Nein! Okay, jetzt muss ich ein Elixier benutzen. Weil sonst... Sonst werde ich sterben. So. Los geht's. Und... Oh, das war knapp. Das war übelst knapp auf jeden Fall. Da habe ich schon mal alle drei Truhen. Perfekt. Und Prinz freigeschaltet. Obwohl ich den schon habe. Ich verstehe das nicht. Egal. Ja, nice. Ich glaube, es ist ein Upgrade-Point, oder? Warte, ich kann auch ein paar Leute upgraden. Den Prinz erst mal. Ja, lol. Okay, so sieht er aus. So 3D. Und der Feuerball. Der ist echt OP. Der muss noch O-Pair sein. Äh, Baba auch. Acha. Oh, jetzt kein Manni mehr. Acha. Manni ist auch in diesem Spiel ein Problem. So, was gibt's da? Oh, Endboss-Level. Endboss-Level. Oh, was? Lol, was ist das? Oha. Hä? Wie schaffe ich das gegen den da? Was? Lol, ein Goblin-Kling heißt der. Oh, ist der OP? Was? Lol. Okay, komm. Schaffe ich, schaffe ich. Das war jetzt los von mir. Ich verstehe das Game jetzt schon. Äh, ich würde sagen, komm, den Fireball behalte ich erst mal. Ich mache erst mal den Liter. Äh, das ist so ein Strategie-Spiel, muss man sagen. Da muss man immer so denken, wo man das macht. Okay. Äh, schaffe... Was? Nee, komm. Ey, das muss ich jetzt schaffen, oder? Das kann nicht sein, dass ich nicht schaffe. Na, das war mal wieder lost. Komm. Schaffe ich. Äh. Sagen. Wem von denen? Ich benutze den mal. Nee, das schaffe ich nicht. Lol, ich bin so los. Das schaffe ich nicht. Oder? Ich geh, ich habe jetzt alle drei benutzt. Komm, muss ich schaffen, oder? Komm. Das kann ich jetzt nicht verlieren, oder? So. Ah, alle drei verwendet, aber niemanden getroffen. Äh, doch, zwei habe ich. Och. Ja, komm. Das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, wow. Das schaffe ich nicht mehr. Wenn ihr jetzt auf komplett rechts geht, dann bin ich RIP. Wenn ihr jetzt auf rechts geht, dann bin ich RIP. Oh mein Gott, bitte geh nicht auf rechts. Bitte. Ja. Aber das werde ich eh nicht schaffen, oder? Oder schaffe ich es noch? Please, schaffe ich. Und, please. Bitte. Nein. Was? So wenig. Okay, Leute. Wir spielen die nächste Runde. Und ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich habe vier Versuche gebraucht dafür, um das zu schaffen. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es eingeblendet habe. Aber, ja. Wir sind jetzt in der nächsten Welt sogar. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, wie man sieht. Wie man sieht. Ähm. Ja, da fehlt nur noch der. Da kann ich... Ah, ich habe aus Versehen alle fünf verwendet. Das war mal wieder umsonst. Okay, komm. Schaffe ich. Das schaffe ich auf jeden Fall. Ich glaube... Ich glaube... Ja, perfekt. Habe ich... Habe ich noch ein... Wenn ich noch... Äh... Alle... Ich würde sagen, kommt die... Ja, perfekt. Was? Das schaffe ich nicht? Was? Oder? Okay, please. Das muss ich jetzt schaffen, oder? Als ob ich das nicht schaffen werde. So, der da. Was? Hä? Okay, komplett... Ja. Let's go. Let's go. Komm. Das müssen wir schaffen. Okay. Die zwei. Nein! Ah, Leute. Ich habe verloren. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wir sehen uns am nächsten Video. Also morgen streamen. Seid auf jeden Fall am Start. Und wir sehen uns dann. Bye. Bye.